Der AMS 33 ist ein Kreuzschienenverteiler, auch Antennenmatrix genannt, die es ermöglicht, drei Antennen auf drei Funkgeräte beliebig zu verteilen. Dabei ist die Bedienung denkbar einfach. Mit einem Tipptaster werden die sechs möglichen Kombinationen einfach durchgeschaltet. Eine weitere siebte Stufe schaltet alles frei. Keine Antenne auf kein Funkgerät. Der AMS 33 ist sendefähig und kann von DC bis 150 MHz eingesetzt werden. Die maximale Sendeleistung bei 30 MHz beträgt 500 Watt PEP. Die Durchgangsdämpfung beträgt 0,3 dB bei 50 MHz und 0,9 dB bei 145 MHz. Bei 145 MHz ist die Übersprechdämpfung zwischen den Ausgängen mindestens 35 dB. Der Anschluss der Antennen und Transceiver erfolgt über sechs PL-Buchsen auf der Rückseite. Die Stromversorgung erfolgt mit 12 Volt. Für stationären Betrieb ist ein überdimensioniertes Schaltnetzteil im Lieferumfang enthalten. Der AMS 33 ist in einem robusten Aluprofilgehäuse mit Gummikantenschutz untergebracht. Der AMS 33 ist eine pfiffige Lösung, wenn es darum geht, mehrere Antennen mit mehreren Transceiver zu verbinden.